Irgendwelche Erregungen zuzugeben. Und was so in erster Linie rausgekommen ist, dass wir, wir haben also Messungen richtig gemacht, Pulsfrequenzmessungen, Hautwiderstandsmessungen, das heißt, man merkt daran, ob jemand erregt ist oder nicht. Ob negativ oder positiv, das kann man daran nicht merken, aber man kann sehen, dass sich der Pulsschlag verändert, der Hautwiderstand, also wenn wir erregt sind, wird die Haut, schwitzen wir etwas mehr. Wir haben versucht rauszufinden, ob die Frauen bereit sind, schon zuzugeben, dass sie in irgendeiner Form erregt sind. Und wir haben einfach festgestellt, dass der überwiegende Teil der Frauen, nämlich über 60 Prozent, nicht bereit war zuzugeben, was diese Filme, die sie da sahen, diese Filmausschnitte, die wir ausgesucht hatten, mit ihnen machten. Sondern sie kreuzten eher immer so einen neutralen Bereich an, nee, es macht eigentlich so gar nichts. Aber die Reaktionen waren ziemlich eindeutig, sodass sie waren in irgendeiner Form erregt. Ob positiv oder negativ, stellte sich dann in dem Gespräch hinterher raus. Und dann haben wir anschließend sehr ausführliche Diskussionen gehabt mit 50 Frauen, die immer offener wurden, die immer mehr erzählten. Und was dabei rausgekommen ist, war eigentlich das Interessantere. Und was ist dabei rausgekommen? Dass Frauen schon eigentlich die Art der Pornos, die im Augenblick im Markt sind oder die da sind, weitgehend ablehnen. Dass sie aber ganz dezidierte Wünsche haben, wie ein Porno aussehen sollte. Und dass es eigentlich erstaunlich ist, und das ist eigentlich dieses Ergebnis, dass Frauen Wünsche haben an Pornos und eigentlich nichts dafür tun. Dass so etwas geschaffen wird, was für sie eigentlich, ja, positiv wäre. Das ist jetzt eine Untersuchung, die Sie für eine Zeitschrift gemacht haben, zu stimmen. Nein, ich glaube einfach, dass wir Frauen nicht gelernt haben, wir benutzen andere Sinne in der Sexualität. Und wir benutzen weniger die Augen, oder als Männer, die von Anfang an darauf erzogen werden, hinzugucken, wie eine Frau aussieht. Schon der kleine Junge guckt ja der Frau hinterher und guckt, wie sie sich bewegt und was sie hier vorne hat und was sie hinten hat. Während wir daraufhin nicht erzogen werden, sondern Frauen werden dann erzogen, viel eher zu fühlen und zu riechen und zu schmecken und zu hören und zu streicheln. Und diese Bereiche, sodass wir auf diese Reize, die uns da angeboten werden, viel weniger reagieren. Würden Sie denn wirklich sagen, dass eine Frau auf optische Reize jetzt nicht reagiert oder vielleicht nur auf andere? Wenden Sie Pornos in der Therapie auch an? Und wenn ja, wo liegt das Hilfreiche im Anschauen eines pornografischen Erzeugnisses für den Patienten? Also der Vorteil liegt einfach daran, dass man ein Modell vorführen kann. Also wir lernen ja alle, wir sehen etwas und wenn es uns gefällt, übernehmen wir es in unser Verhalten. Sie machen irgendwas nach, was Sie gut finden. Und genauso kann in einem Film ein ganz positives sexuelles Verhalten gezeigt werden, wobei das, was Sie gesagt haben, so wichtig ist, dass auch Sinnlichkeit und Sensitivität gezeigt wird. Und Streicheln und Körper und Verbindungen zwischen Menschen, also gefühlsmäßiger Art, nicht nur Abläufe, sondern auch eingebunden in eine Handlung. Und das ist der eine Bereich, dass wir also über Modelle, es wird als Modell vorgeführt, es kann imitiert werden und andererseits kann auch das Erregungspotenzial erhöht werden. Also jemand kann freier gemacht werden für Reize, wenn sie ihm in entsprechender Form gezeigt werden. Dafür gibt es viele Untersuchungen. Was bedingt, dass...